Hallo, was ist wenn du überfahren wirst? Ich kratz dich nicht mit dem, äh, mit dem Dings, mit dem... Dinge vor der Straße, nee, das, das kann wer anders machen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Wir sind hier gerade in Clastonbury oder so, ist der Ort, glaube ich, und suchen einen Bruno oder so, deswegen, äh, ja, schauen wir doch mal, ob wir den finden. Hallo, ist da jemand? Hier sah alles verlassen aus. Ja, das kann man so sagen. Das kann man durchaus so sagen. Also, hepp. Musizieren und hausieren verboten. Keine Wurfsendungen. Die lasse ich lieber in Ruhe. Wahrscheinlich waren die meisten Leute vormittags bei der Arbeit. Das Haus sieht aus wie so ein Gesicht, ne, die Fenster so zwei Augen und die Tür dann so ein Mund, ja, ne, wie so ein Smiley. Jemand zu Hause? Und das Dach wie so Haare. Es war niemand da. Oder es wollte niemand mit mir reden. Kann auch beides sein. Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. Kann sein, dass selbst wenn sie da gewesen wären, sie nicht mit dir hätten reden wollen. Ach, jetzt, warte, jetzt leuchst du wieder da auf die Straße. Hallo, was ist, wenn du überfahren wirst? Ich kratze dich nicht mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem, Dinge von der Straße. Ne, das, das kann wer anders machen. Hallo? Ist da jemand? Hier sah alles verlassen aus. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht hier drüben. Musizieren und hausieren verboten. Keine Wurfsendungen. Die lasse ich lieber in Ruhe. Wahrscheinlich waren die meisten Leute vormittags bei der Arbeit. Okay. Das kann natürlich durchaus sein. Oh, was haben wir hier? Irgendeinen Laden oder so? Oder Touristeninfo? Der Laden hieß Cosmic Fairy. Ein toller Name. Ja, klingt sehr, äh, bezaubernd. Was kann ich da drin jetzt erwarten? Okay. Ich hab mir grad gedacht, vielleicht sagt er noch was, weil er sich so umgeschaut hat. Solche Bücher scheinen einen immer finster anzustarren. Wie man Runen wirft. Die wahren Elddown-Scherben. Karnaki, der Geisterjäger. In ihrer Nähe fühlte sich sogar die Luftkälte an. Ich wollte keins von den Büchern haben. Nicht meine Vorstellung vom Urlaubsschmöker. Ja, dann halt nicht. Aber es gibt ja noch viel mehr zum Angucke. Hä? Ah. Im Ständer steckten Postkarten der örtlichen Sehenswürdigkeiten. Das übliche Zeug. Aber plötzlich entdeckte ich einen Stapel der gleichen Karte, die ich im Kongo gefunden hatte. Ich war auf der richtigen Spur. Ich war nicht hergekommen, um Postkarten zu schreiben. Im Kasten war ein sternförmiges Objekt. Auf dem Kärtchen dabei stand Zeichen der Ahnen. Schützt vor alten Göttern und höheren Wesen. Das hätte ich vor ein paar Jahren gut gebrauchen können. Ja, er spielte ja auf Baphomets Fluch 2 an. Wo er so ein komischer Typ aus dem Spiegeldraht ertreten wollte. So ein komisches Götter, Todesgötter, Viech. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es gewesen sein soll. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja. Der Stern war ganz hübsch, aber ich musste ihn nicht haben. Dann halt nicht. Oh. Miss Grangers Zaubertränke. Liebestränke, Geldvermehrungstränke, Wachsturz. Da stand auch etwas Kleingedrucktes. Für Nebenwirkungen oder Unwirksamkeit übernimmt Granger Publications keine Haftung. Offenbar haben selbst Hexen Angst vor Gerichtsverfahren. Miss Granger? Doch nicht etwa Hermine Granger? Oder? Die war das doch mit Granger als Nachnamen, oder? Ich wollte die Schautafel nicht. Naja, ist ja auch wurscht. Erstmal hier ein bisschen umgucken. Oh, was haben wir da? An der Wand hing eine Schautafel mit ausführlichen Informationen über Pentagramme. Eine Kurzbeschreibung hätte auch genügt. Ich wollte die Schautafel nicht mitnehmen. Hey, Kunden dürfen nicht nach oben. Klar. Ah, warte. Hier. Die Auslage war voller unheimlicher Büchlein. Die Rosenkreuzer und das Reality-TV. Das Alistair Crawley-Kochbuch. Henochische Magie. Ein Schnellkurs. Und hinter jedem Titel ein trauriger Autor mit Tantiemenvertrag. Ich wollte die unheimlichen Büchlein nicht. Ja, dann halt nicht. Dann lass sie halt, wo sie sind. Und mach hier den seltsamen Entenwalk oder so. Keine Ahnung. Verzaubertes Avalon. Verse aus mystischer Zeit. Das sah spannend aus. Ah, Sie haben mein kleines Lebenswerk entdeckt. Ja, für ein Lebenswerk ist es tatsächlich ziemlich klein. Wie meinen Sie das? Es ist ein Gedichtband. Die gibt's in allen Größen. Hübscher Einband. Danke. Von mir gestaltet. Ich verlege mich selbst. Die großen Verleger haben keinen Sinn für Spiritualität. Was bedeuten diese Münzen? Josef von Arimathea bringt den Heiligen Gral. Arthus und Gwinevere werden begraben. Und der heilige Michael besiegt oben auf dem Tor den Drachen. Jede Silbermünze zeigt eine Szene aus der Geschichte von Glastonbury. Geschichte? Hörte sich eher nach Folklore an. Aus Silber, sagten Sie? Naja, versilbert. Ein guter Freund stellt sie für mich her. Denn Blitze rannen durch mein Blut, o dunkle Morgana, o meine Morgana. O Blitze strömten durch mein Blut, und feurig blitzte rot mein Blut, meine dunkle Morgana. Was halten Sie davon? Ähm, nicht schlecht. Tja, ich war auch ganz zufrieden mit mir. Vielleicht noch mehr? Diebisch schleicht Finsternis und hüllt die Welt in tiefen Schlaf. Der Himmel weint um uns. Auch nicht schlecht. Vielleicht war mein erster Eindruck falsch. Vielleicht. Wenn einer mich erschlägt, nicht ungezielt, durch Zufall oder Trunken, so hab ich tief in mein Gebet den Fluch schon eingebunden. Der ihn trifft und sein Fleisch. Ruchlos ist seine Tat. Ich hatte keine Zeit, weiter in den Gedichten zu lesen. Ja, gut, dann lass es bleiben. Der Typ sah aus wie der verklemmteste Hippie der Welt. Hallo, ich heiße George Stobbart. Willkommen in der Cosmic Fairy. Ich bin Tristram Hillitsch, der Inhaber. Kann ich Ihnen helfen? Ich will es hoffen. Tristram, etwa wie die Stadt von, äh, von Diablo? Glastonbury ist ganz schön mystisch, wie? Oh ja, fast unerträglich mystisch. Josef von Arimathea ist hier gewesen. Ja? Die Legende von König Arthus. Gwenevea und Excalibur endet hier. Wahnsinn. Und der Tor, dieser hohe Hügel, ist der Eingang von Avalon, dem Land der Feen. Außerdem haben wir Kornkreise, Ufo-Sichtungen. Sonst noch was? Dann gibt's noch Geister, Höllenhunde, gespenstische Lichtschimmer. Okay, okay, ist mir mystisch genug. So, so. Avalon. Das hört man auch immer wieder, Avalon. Wie läuft das Geschäft? Recht gut, danke. Wirkt ruhig hier. Sie haben den großen Ansturm gerade verpasst? Was sind Ihre Kunden eigentlich für Leute? Aufgeschlossene Sinnsuchende. Sind Sie auch auf Sinnsuche? Oh, ständig. Bei dem, was ich schon erlebt habe, bleibt mir kaum etwas anderes übrig. Ja, wenn der wüsste. Verkaufen Sie solche Postkarten? Ja, einer unserer exklusiven Verkaufsschlager. Liefern Sie die auch an andere Läden? Nein. Das ist ja die Bedeutung des Wortes exklusiv. Ach, wirklich? Wusste ich gar nicht. Offensichtlich. Wie kann ich Ihren Weg sonst noch erleuchten? Sagt Ihnen der Name Bruno etwas? Hm, Bruno? Bruno. Nein, ich glaube nicht. Wirklich? Wirklich nicht. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der Bruno hieß. Anscheinend sind Sie da ganz sicher. Mir war sein Tonfall sofort verdächtig. Ja, wie wir unseren Weg noch hätte erleuchten können. Mit einer Taschenlampe. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, noch nie. Also, um nochmal auf Bruno zurückzukommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sind nicht ganz ehrlich. Wo ist Bruno? Wo finde ich ihn? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Verlassen Sie meinen Laden, Sie lästiger Mensch. Ich gehe, sobald Sie ein paar Fragen beantwortet haben. Oh Gott. Sind Sie etwa von der Steuerfahndung? Was? Nein. Ich bin zwar Anwalt, aber so tief bin ich noch nicht gesunken. Ich bin schön. Sagen Sie mir jetzt, wo Bruno ist oder nicht? Nein. Vergessen Sie nicht, Sie sprechen mit einem Anwalt. Mit einem amerikanischen. Das wird unsere hiesige Polizei kaum beeindrucken. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kerl so schwer zu knacken sein würde. Leihen Sie mir ein Ohr. Hey, da oben ist jemand. Unsinn. Alte Häuser knarren nun mal. Für wie blöd halten Sie mich? Da oben ist Bruno. Nein, ist er nicht. Das wird ja immer besser. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Sagen Sie die Wahrheit. Hauen Sie ab. So kam ich nicht weiter. Deshalb war ich Patentanwalt und kein Strafverteidiger. Na gut. Wir sehen uns wieder. Verklemmter Hippie. Und wir sehen uns auch wieder und zwar im nächsten Part von Let's Play Baphomits Fluch. Für diesen hier soll es das nämlich erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part über einen Kommentar oder eine Bewertung. Würde ich mich sehr freuen. Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomits Fluch 3. Bis dahin. Macht's gut. Ciao Leute. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.